Hast du schon mal was von dem Überprüfungsmodus in der Bridge gehört? Wahrscheinlich eher nicht, aber den will ich dir einmal zeigen. Ist nämlich eigentlich auch eine ganz coole Sache, um seine Bilder einmal vorzusichten und zu selektieren und auszuwählen. Deswegen, ich bin jetzt hier in meinem Ordner und habe hier insgesamt 22 Bilder drin. Und wenn ich jetzt hier mal auf Ansicht gehe und den Überprüfungsmodus aufrufe, dann bekomme ich so eine Vorschau. Das sieht aus wie so ein Karussell. Und wenn ich jetzt die Pfeiltasten auf meiner Tastatur nach links oder nach rechts drücke, entspricht genau dem, was du hier unten links siehst, dann kann ich durch dieses Karussell durchsteppen. Und ich könnte jetzt hier zum einen gleich die Bilder besternen. Also wenn ich jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 drücke, dann kriegen die Bilder gleich eine Besternung. Oder auch Farben zuweisen und so weiter. Was aber noch viel geiler ist, ist die Tatsache, ich könnte jetzt auch die Pfeiltaste nach unten drücken, um Bilder aus dem Karussell rauszuschmeißen. Und das hat folgenden, ja, also du bezweckst damit folgendes. Wenn ich jetzt Bilder hier rausschmeiße aus dem Karussell und das Karussell jetzt beispielsweise verlassen würde, dann sind automatisch die Bilder angewählt, die am Ende noch in dem Karussell drin waren. Ja, also eigentlich eine ziemlich coole Sache. So kannst du alle deine Bilder einmal markieren, in den Überprüfungsmodus gehen, durchsteppen, besternen, rausschmeißen, was du nicht haben willst und am Ende lässt du dir einfach alles das auswählen, was noch in dem Überprüfungsmodus drin ist. Eigentlich eine ziemlich coole Sache. Alsstellungsmodus